Die BLS begrüsst Sie in der S2 nach Flaantlaupen und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt Europaplatz. Die BLS begrüßt Sie in der S2 nach Flaantlaupen und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Die BLS begrüßt Sie in der S2 nach Flaantlaupen. Die BLS begrüßt Sie in der S2 nach Flaantlaupen. Die BLS begrüßt Sie in der S2 nach Flaantlaupen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.